So, dann machen wir erstmal eine Tonprobe, bevor wir vergeblich herzlich willkommen sagen. Und ich gucke mal hier in die Runde. Sie hören noch nichts? Das liegt an der Zeitverzögerung, aber es kommt super alles an. Ich sehe das Signal, du kommst, du redest. Alles gut. Haben wir es auch gehört. Und jetzt ist es an der Zeit. Herzlich willkommen allen zur Kinder-Uni hier in Bergedorf. Heute zum letzten Durchgang. Vielen Dank und der Kollege, der mit mir das zusammen organisiert, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, selber sogar einen Vortrag zu halten. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Also stelle ich euch auch vor, das ist der Kollege Prof. Dr. Boris Tolk. Und heute hören wir den Vortrag Zahlenzauber mit Skalarfeldern. Und wir freuen uns natürlich auf diesen Vortrag. Es dürfen auch wieder Fragen gestellt werden. Jetzt darfst du gerne die Ansage mit dem oben und unten wieder machen. Sehr gerne. Zunächst aber stelle ich dich erst mal vor. Das ist Prof. Dr. Kai Vörger. Und genau, wir haben zwei Texteinblendungen. Die eine Texteinblendung direkt über mir. Das ist die E-Mail-Adresse. Da können Fragen gestellt werden. Einfach da hinschreiben. Wir werden diese E-Mail-Adresse die ganze Zeit abfragen und werden gucken, ob da Mails ankommen. Unter mir ist der Twitter-Hashtag Kinder-Uni-Bergedorf2020. Wer über Twitter mit diesem Hashtag einen Tweet absetzt, wir werden auch nach diesem Hashtag die ganze Zeit suchen. Und wenn darüber Fragen gestellt werden, dann werden wir die auch beantworten. Wir machen es wieder so, dass wir zwei Fragenblöcke haben. Ich werde meinen Vortrag so halten, dass ich am Anfang einen theoretischen Teil habe. Da erkläre ich ein paar Sachen. Und in der zweiten Hälfte machen wir dann ein kleines Experiment zusammen. Und ich denke, zwischen dem Theorie-Teil und dem Praxisteil, da ist eine ganz gute Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und nach dem Praxisteil gibt es auch nochmal die Möglichkeit dazu. Ja, ich glaube, dann ist der Vorrede genug. Wenn wir nichts vergessen haben, ich gucke mal in die Runde, manchmal kriegen wir noch einen kleinen Hinweis. Dann starten wir jetzt mit diesem interessanten Thema. Bitte, Boris, beginn mit deinem Vortrag. Dann muss ich den Rechner wechseln von dem YouTube-Rechner hin zu dem Präsentationsrechner. Genau, ja, dann auch nochmal von meiner Seite ganz herzlich willkommen zur Kinder-Uni hier im Bergedorf zum letzten Vortrag in diesem Jahr. Das Thema ist Zahlenzauber mit Skalarfeldern. Und ich habe zwei Sachen angekündigt, die ich gerne heute machen würde. Nach den Rückmeldungen von den letzten Wochen habe ich das allerdings ein kleines bisschen modifiziert. Ich habe gesagt, ich möchte zum einen erklären, wie man Skalarfelder verwenden kann für Bildverarbeitung und zum anderen noch für Bahnplanung. Die Bahnplanung lasse ich jetzt weg. Da überlege ich mir noch, ob ich das vielleicht irgendwann entweder nächstes Jahr mache oder nochmal anders aufbereite. Aber damit es zeitlich nicht so lang wird, werde ich mich heute tatsächlich nur auf die Bildverarbeitung konzentrieren. Und dafür habe ich dann lieber ein Experiment mit reingenommen, als dass ich dann noch länger irgendwas auf Folien zeige. So, Skalarfelder. Da wisst ihr natürlich alle, die ihr jetzt zu Hause seid, was ein Skalarfeld ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe meinen kleinen Sohn gefragt, ob er es weiß und er wusste es nicht. Und die erste Frage bei so einem Skalarfeld ist natürlich, was ist ein Skalar? Und vielleicht weiß es jemand von euch. Ihr könnt ja mal darüber nachdenken, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Mein Sohn wusste es tatsächlich nicht und einige andere wussten es auch nicht, die ich gefragt habe. Und es gibt tatsächlich mehrere Sachen, die Skalar heißen. Das eine ist ein sogenannter Fisch. Der gehört zur Gattung der Segelflosser. Und das ist ein Skalar oder hat auch den Begriff Skalar oder die Fische nennen sich Skalare. Das ist die Mehrzahl. Ich habe meinen Sohn gebeten, dass er das mal versucht zu visualisieren. Und hier ist das Bild, was er dann gemalt hat. Es hat tatsächlich von der Flossenform her große Ähnlichkeit mit dem Fisch. Die Skalare sehen nicht ganz so freundlich aus, also lächeln nicht so sehr. Aber ansonsten sind die tatsächlich schon recht ähnlich. Das ist allerdings nicht das, worum es heute mit Skalaren geht. Gut, Skalare in der Mathematik sind tatsächlich was anderes und in den meisten Fällen sind es einfach nur Zahlen. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal die Zahl 23 genommen, aber jede andere Zahl 5,2, 4,9, jede andere Zahl 3,141, die ich jetzt zur Freude von Professor Völker noch einmal kurz nennen möchte. Das ist der Anfang von Pi. Auch das alles sind Skalare, das heißt reelle Zahlen, also wirklich jede beliebige Zahl, die euch einfällt. Das ist tatsächlich ein Skalar und das ist auch wirklich das, worum es sich hier in der ersten Hälfte des Begriffs handelt. Skalare. Die zweite Hälfte ist das Feld, ist ja ein Skalarfeld. Und da habe ich meinen Sohn auch gefragt, was er sich denn unter einem Feld vorstellt. Und da kam ganz schnell was und er hat mir noch ein Bild gemalt. Und das hier ist das Ergebnis, was er gemalt hat. Das hier ist ein Feld. Tatsächlich sind es so mehrere kleine Beete, die angeordnet sind auf einem Feld mit unterschiedlichen Pflanzenarten, die da gepflanzt sind. Und das ist tatsächlich auch sehr ähnlich zu dem, was ein Skalarfeld in der Mathematik ist. Ich würde jetzt beide Begriffe einfach mal kombinieren und frage, was ist ein Skalarfeld? So ein Skalarfeld nimmt die beiden Begriffe, die wir jetzt gerade schon gelernt haben. Es nimmt das Feld, in der Mathematik aber ein kleines bisschen regelmäßiger. Deswegen habe ich jetzt einen Ausschnitt genommen von dem, was mein Sohn gemalt hat. Und da, wo die Pflanzen sehr regelmäßig angeordnet sind und habe das einfach ein paar Mal dupliziert. Und in der Mathematik pflanzen wir natürlich keine Kohlköpfe, wie hier, sondern in der Mathematik pflanzen wir die Skalare. Skalarfeld, das heißt wir haben ein Feld, genau wie es hier ist, nur wir pflanzen Zahlen. Die habe ich jetzt einfach mal da oben drauf gelegt. Und das ist wirklich einfach nur eine Anordnung von Zahlen, die an einer bestimmten Position in einer geordneten Reihenfolge stehen. Später in der Mathematik kann man das alles noch viel komplizierter formulieren, aber das ist das Grundprinzip. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man eigentlich schon einen großen Teil von dem Skalarfeld verstanden. So, jetzt kommt es darauf an, was kann ich mit diesem Skalarfeld noch anfangen. Ich kann das Skalarfeld nicht nur so in dieser Form darstellen, sondern es gibt noch unterschiedliche andere Darstellungsformen, wie ich das verwenden kann. Und diese Darstellungsformen sind dann eigentlich das, was das Skalarfeld so interessant macht. Und die erste Darstellungsform habe ich hier jetzt mal auf dem Bildschirm dargestellt. Ach, man sieht die Maus leider gerade nicht. Okay, ist egal. Ich beschreibe es einfach. Ich habe jetzt hier zwei Sachen gemacht. Ihr seht auf der linken Seite ein kleines Skalarfeld. Das hat nur drei mal drei Felder. Und oben links in der Ecke seht ihr die 0, dann kommt die 150, dann die 210, in der nächsten Zeile 160, 190, 220 und in der letzten Zeile 0 und 60 und 160. Und auf der rechten Seite seht ihr ein Diagramm. Und bei diesem Diagramm müsst ihr jetzt ganz oben hinten in der ganz letzten Ecke anfangen. Das ist dann jetzt die 0, die oben links in dieser Darstellung ist. Und ich stelle die Zahl auf zwei Arten dar. Das eine ist, die 0 bestimmt die Farbe und die 0 bestimmt auch die Höhe von dem Balken, den ich darstelle. Das heißt, 0 ist ja die kleinste Zahl, wenn ich nur positive Zahlen nehme, die kleinste Zahl, die ich hier darstellen kann. Deswegen ist der Balken ganz flach und unten auf dem Boden. Und 0 ist auch farblich jetzt für mich die kleinste Zahl und die interpretiere ich als schwarz. Deswegen ist das ein ganz kurzer, kleiner, schwarzer Balken. Direkt daneben, das sieht man so ein kleines bisschen versteckt. Da ist vorne ein dunkler, kleiner Balken, danach ein etwas hellerer, größerer und dahinter ist so ein kleiner, in der zweiten Spalte ist ganz am Ende so ein mittelgrauer, mittelhoher Balken. Das ist die 150. Und das ist so ein etwas dunklerer Grauton und ja, nicht ganz bis oben hin, nicht der größte seiner Art, aber der ist so mittelhoch. Die 210 ist die zweitgrößte Zahl, die wir hier in dem Skalarfeld finden. Die sieht man ganz rechts oben in der Ecke, das ist ein relativ heller Farbton und dieser Balken ist auch recht hoch. Der einzige Balken der Höhe ist es direkt davor, die 220, der ist tatsächlich noch ein Fitzelchen höher und ein kleines bisschen heller, aber das sieht man nicht so sehr gut. Das ist nicht so ein riesiger farblicher Unterschied. Links daneben ist die 190, wieder ein kleines bisschen kleiner, wieder ein kleines bisschen dunkler und daneben die 160, noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen dunkler. Und die letzte Zeile, die 0, wieder ganz klein und schwarz, direkt daneben die 60, ziemlich dunkles Grau und auch recht klein und ganz am rechten unteren Rand ist die 160. Das ist ungefähr so wie die 160, also was heißt ungefähr so, es ist exakt genau wie die 160, die ganz am linken Rand in der Mitte ist, also auch wieder mittelgrau, mittelhoch ungefähr. So, und das ist eine Art, wie ich so ein Skalarfeld darstellen kann. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so sonderlich spannend, das gebe ich zu. Wir haben allerdings auch nur ganz, ganz, ganz wenig Zahlen genommen. Richtig spannend werden die Skalarfelder erst, wenn man mehr Zahlen dazu nimmt und das habe ich auch mal gemacht. Also, das heißt, wir wollen jetzt nicht nur diese paar Zahlen nehmen, sondern wir wollen mehr Zahlen nehmen. Und wenn ich von mehr Zahlen spreche, dann meine ich so richtig viel mehr Zahlen. Also, das heißt ganz, 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 ganz viele Zahlen. Und selbst das, was ich hier auf dem Bildschirm darstelle und was ihr jetzt wahrscheinlich fast nur noch als kleine graue Streifen sehen könnt, das reicht immer noch nicht. Also, das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Wir brauchen noch viel mehr Zahlen. Und wenn ich diese ganzen Zahlen dann nebeneinander male und jetzt wieder so Balken mache und abhängig von der Farbe mache ich das etwas höher, also abhängig von dem Wert, meine ich, mache ich das etwas höher und verändere den Farbwert etwas. Dann kommt am Ende auch wiederum so ein Blockdiagramm raus, jetzt aber mit ganz, 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 ganz vielen Blöcken. Und die Form habe ich nicht so ganz zufällig gewählt, sondern die Form bildet unser Kinder-Uni-Bergedorf-Logo. Und wie man auf der linken Seite vielleicht so ein bisschen erkennen kann, hat das tatsächlich so einen 3D-Effekt. Das heißt, man hat Täler und man hat auch wiederum Hügel. Und auf der rechten Seite habe ich es einmal von direkt oben frontal drauf einmal dargestellt. Und da sieht man diesen Farbverlauf. Das, was ganz, ganz, ganz kleine Zahlen sind, ist in dem Fall blau dargestellt. Und das, was ganz hohe Zahlen sind, also um die 255 rum jetzt in diesem Fall, die habe ich als gelb dargestellt. Und dann sieht man über diese unterschiedlichen Höhen oder Werte der einzelnen Zahlen, wie sich das Bild verändert und an den höheren Bereichen gelb ist, an den tieferen Bereichen blau ist. Und ganz zufällig bildet sich dann eine Form raus, die wir kennen. Die linke Seite ist ein kleines bisschen spannender. Die linke Seite ist tatsächlich so ein 3D-Modell, also wo man denn diese Höhen tatsächlich sieht. Und der Hintergrund, den ich in allen Folien bis jetzt verwendet habe, wo vielleicht noch niemand so drauf geachtet hat, der ist tatsächlich das Kinder-Uni-Bergedorf-Logo in einer 3D-Darstellung. Genau die gleichen Zahlen, die ihr gerade eben auf dem Bildschirm gesehen habt, habe ich hier als Höhenwerte interpretiert. Diesmal habe ich die Farbe nicht mit reingebracht, weil das im Hintergrund störend gewesen wäre. Ich habe alles in einem Weißton gelassen und habe noch eine kleine Lichtquelle da rein berechnet. Aber im Prinzip ist genau das das Skalarfeld, was ihr vorhin gesehen habt. Und wer es genau wissen möchte, ich gehe nochmal einmal einen Schritt zurück. Wenn ihr unten am Hals der Figur guckt, also der lächelt ja so ein bisschen und streckt die Zunge raus. Und dann ist hier auf der Seite, da sind ja die Haare und das ist praktisch der Bereich, den ihr seht. Also hier am Hals hin zu den Haaren, das ist praktisch von hier unten aus betrachtet, das ist sozusagen der Bereich, den ich hier in 3D dargestellt habe. Und das ist eine Art, wofür Skalarfelder tatsächlich verwendet werden können. Vielleicht habt ihr jetzt den Eindruck, habt schon mal ein Computerspiel gesehen, dass das hier so aussieht wie in einem Computerspiel. Und das ist tatsächlich eine Art, wie man 3D-Landschaften in Computerspielen darstellen kann. Und die Anwendungsmöglichkeiten sind aber noch vielfältiger. Also ich kann nicht nur Landschaften damit darstellen, auch Wasser, also Wellen kann ich damit darstellen. Und es gibt noch einige Tricks mehr, die man damit anwenden kann, einfach mit dieser Zahlensortierung. Das hier ist jetzt praktisch nur ein einziges Beispiel davon, wie es in einem Computerspiel angewendet werden könnte. Ein zweites Beispiel gibt es aber auch noch. Und das möchte ich jetzt auf der nächsten Folie einmal zeigen. Das ist die zweite Darstellungsform von diesem Zahlenfeld, von diesem Skalarfeld. Und zwar ist die ein klitzekleines bisschen komplizierter. Ich nehme mir einfach drei Zahlen nebeneinander und interpretiere die erste Zahl als roten Farbwert. Ich interpretiere die zweite Zahl als grünen Farbwert und ich interpretiere die dritte Zahl als blauen Farbwert. Und wenn man hier, ich kann jetzt dummerweise nicht so hoch springen, aber wenn ich hier oben mal auf diese Präsentation gucke, die ich hier oben auf dem Bildschirm habe, also im Prinzip das, was dieser Projektor hier macht, das Schöne ist, der Projektor spreizt das Licht auf und da kann man wunderbar sehen, woraus die einzelnen Punkte bestehen. Und wenn ich da ganz dicht rangehe, dann sehe ich da tatsächlich für jeden einzelnen Bildpunkt ein kleines Quadrat und dieses Quadrat besteht aus einem roten Fleck, einem grünen Fleck und einem blauen Fleck. Das heißt, das ist genau die Art, wie dieses Bild hier oben an der Tafel dargestellt wird. So, und wenn wir uns das mal im Detail angucken, dann habe ich das hier noch einmal so ein bisschen aufgesplittet. Die Null ist wieder schwarz, also das heißt, Null ist wieder der niedrigste Wert auf dem Computer, bedeutet das Licht aus, also schwarz. Die 60 ist, 255 ist der höchste Wert, also 60 ist noch ein relativ dunkler Grünton, weil ich habe ja gesagt, die zweite Spalte möchte ich als grün interpretieren. Erste Spalte ist rot, zweite Spalte ist grün, dritte ist blau, 60 ist also ein sehr dunkler Grünton. Die 160 ist so ein mittlerer Blauton, weil es in der dritten Spalte ist. Wenn ich mir denn die zweite Zeile angucke, die besteht aus 160, 190 und 220, das sind alles drei sehr hohe Werte. Die 160 steht für einen mittleren Rotton, die 190 ist ein hellerer Grünton und die 220 ist ein recht heller Blauton und in der dritten Zeile die 0, die 150 und die 210. Das ist wieder schwarz für rot, das ist die 150 für den Grünton, also mittlerer Grünton und die 210, das ist der blaue Farbton, also relativ hell. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe die Farben ein kleines bisschen verändert zu der Version davor. Das liegt daran, weil wenn ich diese drei Farbanteile, Rot, Gelb und Grün, jetzt zusammen mische, so wie es hier im Prinzip auch auf dieser Leinwand passiert, also das Auge, dadurch, dass diese Punkte so klein sind, aus größerer Distanz, verwischen diese drei Farben zu einem einzigen Farbton und die habe ich hier dargestellt. Das sind drei Blautöne, ein sehr dunkler Blauton, ein heller Blauton und ein mittlerer Blauton und das sind die drei Blautöne, die üblicherweise die HAW Hamburg verwendet, um alle ihre Logos zu malen und genau, diese drei Farbtöne haben im Prinzip diese Rot, Grün und Blau Farbwerte. Jetzt habt ihr gesehen, man kann praktisch mit diesen drei, wenn ich drei Spalten zusammenfasse, kann ich verschiedene Farben darstellen, Rot, Grün, Blau, ich kann die einzelnen Anteile größer machen oder kleiner machen. Und wenn ich jetzt wieder ein paar mehr Zahlen nehme, also wir hatten es gerade schon, viele Zahlen, also richtig viele Zahlen und noch mehr Zahlen, als ich hier jetzt gerade sehe und ich nehme immer die erste Spalte und sage, das ist der rote Farbton, dann ist wieder Grün, dann ist wieder Blau. Die nächste ist wieder Rot, die nächste ist wieder Grün, dann wieder Blau. Rot, Grün, Blau, Rot, Grün, Blau. Und wenn ich das so anordne, dann bekomme ich am Ende das Kinder-Uni-Bergedorf-Logo raus und diesmal in verschiedenen Farben. Diesmal kann ich das Gelb von den Haaren darstellen, ich kann den Hautfarbton vom Gesicht darstellen, die rote Zunge und den grünen Pullover oder das grüne T-Shirt, was unser kleiner Einstein da trägt. So, und der Hintergrund, der so einen von Weiß zu Blau Farbverlauf hat, den kann ich auch durch diese Farbkombination darstellen. Das heißt also, Skalarfelder kann ich darstellen als Bilder und ich kann sie als Höhen darstellen, dann habe ich Landschaften zum Beispiel in Computerspielen. Das ist schon mal ganz nett, aber noch viel schöner ist, wenn ich damit rechnen kann. Und das Tolle ist, man kann damit so einfach rechnen, dass ihr es garantiert auch zu Hause könnt. Und ich werde das jetzt einmal vormachen. Das sind die Horrorfolien, vor denen hatte Professor Völker, als ich das das erste Mal gemacht habe, ganz große Angst, aber ich weiß ganz genau, dass ihr das schaffen werdet und dass ihr das zu Hause rechnen könnt. Da verlasse ich mich total auf euch. So, das Schöne ist nämlich, man kann mit diesen Skalarfeldern wunderbar einfach rechnen. Und die Rechenart funktioniert so. Ich nehme immer das Feld ganz links oben in der Ecke. Die Rechenoperation ist Minus. Minus kennt ihr wahrscheinlich schon aus der Schule. Und ich nehme die 16, die ganz oben links in der Ecke steht, in meinem einen Skalarfeld und nehme dann Minus. und dann nehme ich die Zahl, die ganz oben links in meinem anderen Skalarfeld steht. Das heißt also 16 minus 4. Da kommt ihr bestimmt drauf, oder? Müsst es jetzt nicht per Mail schreiben. Ich blätter einfach mal um. Vermutlich kommt ja irgendwas um die 12 herum bei raus. So, das Nächste, was wir machen, ist, wir nehmen das Feld rechts oben in der Ecke. Das ist die 22. Minus und dann wieder das Feld, das rechts oben in der Ecke steht. Das ist in dem Fall die 7. 22 minus 7. Ja, richtig, das ist die 15. So, als Nächstes nehmen wir das Feld, was links unten in der Ecke steht. Das ist die 14. Minus und dann das Feld, was an der anderen Stelle ganz links unten in der Ecke steht. Das ist die 12. 14 minus 12. Ist natürlich die 2. Wen versuche ich hier aufs Glatteis zu führen? So, unten rechts in der Ecke ist die 3. Minus und ganz unten rechts in der Ecke in dem anderen Skalarfeld ist die 1. 3 minus 1. Naja, da habe ich die 2 einfach nochmal wiederverwendet. Okay. Das ist eine Grundrechenart, die ich mit Skalarfeldern durchführen kann. Eigentlich ganz einfach. Ihr habt nur diese riesigen Zahlenmengen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das sind halt einfach viele Zahlen. Aber letztendlich ist diese Rechenoperation, die ich darauf ausführe, immer genau die gleiche. Ich vergleiche immer die Zahl an einer bestimmten Position, Minus und dann die Zahl in einem anderen Skalarfeld an genau der gleichen Position und dann schreibe ich mir das Ergebnis auf. Und das tue ich einfach für ganz, 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 ganz viele Zahlen. Und normalerweise macht das der Computer, denn das macht keinen Spaß, das wirklich von Hand zu machen. Bei den Zahlen ist es noch nicht so beeindruckend, aber lustig wird es, wenn ich das in einer unserer beiden Darstellungsformen mache. Wenn ich nämlich die Farbwerte als rot-grün-blau interpretiere und dann zwei Bilder voneinander abziehe. Und dann passiert das hier. Ich habe hier zwei Bilder mal dargestellt. Das eine Bild zeigt den Hörsaal, in dem wir uns gerade befinden, allerdings als 3D-Rendering. Das heißt also, jemand hat sich am Computer hingesetzt, hat das nachmodelliert und dann haben wir das Bild aus dem Computer heraus generiert. Das ist also nur ein Modell von diesem Hörsaal. Und direkt daneben sieht man nochmal genau den gleichen Hörsaal. Ich habe allerdings eine Kleinigkeit da drin verändert. Ich habe da oben einen kleinen Punkt hinzugefügt. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt das linke Bild nehme und ich ziehe es von dem rechten Bild ab, dann könnt ihr euch mal kurz überlegen, was vielleicht das Ergebnis davon ist. Das Ergebnis davon ist, ich ziehe das eine von dem anderen ab. Die Farbwerte, dadurch, dass es ein Computer-Rendering ist, sind die Farbwerte an allen Stellen gleich. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was ist das Ergebnis von 5 minus 5? Alles klar. Was ist das Ergebnis von 5 minus 5? Das ist 0. Was ist das Ergebnis von 20 minus 20? Das ist auch 0. Das heißt, wenn die Farbwerte an allen Punkten gleich sind, ist das Ergebnis, wenn ich die beiden voneinander abziehe, ist das Ergebnis immer 0. Außer bei dem Punkt. Der Punkt ist heller als die Farbwerte, also der Punkt in dem rechten Bild ist heller als die Farbwerte in dem linken Bild. Und das führt dazu, dass da ein Wert rauskommt, der nicht 0 ist. Erfreulicherweise und durch einen nicht ganz zufälligen Zufall ist auf der linken Seite der Farbwert aber so dicht an 0, dass auf der rechten Seite praktisch ganz wenig nur abgezogen wird. Das heißt, ziehe ich das eine von dem anderen ab, bleibt am Ende nur der Punkt übrig. So und vielleicht habt ihr mal in irgendwelchen Zeitschriften mal Bilder gesehen, wo zwei fast identische Bilder nebeneinander stehen und man soll die Fehler da drin finden, die Unterschiede da drin finden. Und wenn man weiß, dass man die Bilder einfach voneinander abziehen kann, dann ist das Finden dieser Fehler oder dieser Unterschiede praktisch total einfach, weil sie sofort in diesem Ergebnisbild, in dieser Differenz aufleuchten wie Tannenbäume im Winter. Und man sieht sofort, wo die Fehler sind und man muss gar nicht mehr suchen. Damit kann man jedes dieser Rätsel praktisch ohne irgendeinen Zeitverlust lösen. Macht weniger Spaß, geht aber schneller. So, ich habe gerade eben ein Schild gesehen, da stand drauf, was ist 3D? Entschuldigung, das habe ich tatsächlich gesagt und habe es nicht erklärt. 3D steht für Drei-Dimensionen. Also im Prinzip der Raum, in dem wir uns befinden, das ist ein dreidimensionaler Raum. Das bedeutet, ich kann mich also praktisch in die eine Dimension, das ist die X-Richtung, das ist diese Richtung hier. Die zweite Richtung ist die Y-Richtung, das ist diese Richtung hier. Und die dritte Richtung ist die Z-Richtung, das ist die nach oben, also das ist Z. Das heißt, ich habe einmal X zur Seite, Y nach vorne und Z nach oben. Das sind die drei Dimensionen und das kürzt man ab mit 3D. Okay. Ich habe hier auf der rechten Seite nochmal so zwei Bilder, da könnt ihr mal, das ist ein bisschen schwerer, das ist jetzt für euch tatsächlich zum Raten. Mal gucken, ob vielleicht ganz schnell eine E-Mail reinkommt oder so. Also, diese beiden Bilder sind nochmal dieser Hörsaal hier. Aber diesmal habe ich es euch nicht so leicht gemacht, diesmal habe ich keinen Punkt da reingeklebt, sondern ich habe irgendwas anderes da verändert. Es ist was anders tatsächlich, ich lüge hier nicht, das ist unterschiedlich. Und wenn ich die beiden voneinander abziehe, dann kriege ich auch tatsächlich das Ergebnis raus. Mal gucken. Niemand zuckt. Ja, vielleicht guckt man den Stream auch ein kleines bisschen Zeit verzögert, dann kommen die Mails nicht so schnell hier rein. Aber ich gebe euch trotzdem nochmal eine kleine Sekunde, guckt nochmal drauf, was könnte der Unterschied sein, denn überlegt es einfach für euch. Die Auflösung kommt in zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und tada. So, was habe ich gemacht? Ich habe die komplette vorderste Sitzreihe entfernt und diese komplette vorderste Sitzreihe, die sieht man hier auch tatsächlich als Differenz auf dem Bild. Das heißt, ihr seht, wenn ich die beiden Bilder voneinander abziehe, habe ich sofort diesen Unterschied und in diesem Fall war es ja nicht ganz so leicht zu sehen, was jetzt eigentlich der Fehler in dem Bild war. Obwohl es wirklich viel war, was ich entfernt habe, es geht einmal über die komplette Breite des Bildes hinweg. So, zwei weitere Grundrechenarten möchte ich euch noch zeigen, die machen wir aber ein bisschen schneller, weil die andere habt ihr ja wahrscheinlich schon verstanden. Ich kann auch addieren, also zu Minus kann ich auch Plus machen, funktioniert genauso wie Minus. Ich nehme das Feld ganz links oben in der Ecke, ist in dem Fall die 16, plus die 4, die auch ganz links oben in der Ecke steht, 16 plus 4 ist 20 und das schreibe ich auch oben links in die Ecke hin. Dann habe ich rechts oben in der Ecke 22 plus die 7, die auch rechts oben in der Ecke steht und die 29 als Ergebnis schreibe ich auch rechts oben hin. Links unten die 14 plus die 12, die auch links unten steht, das sind die 26 zusammen und unten rechts die 3 plus die 1, das ist die 4 und die schreibe ich auch nach unten rechts. Das ist das eine, ich kann also nicht nur Minus machen, ich kann auch Plus machen und was noch ganz spannend ist, ich kann auch Mal machen und hier habe ich die Zahlen ein kleines bisschen verändert, denn das Mal nutze ich meistens, um Teile von dem Bild unsichtbar zu machen. Dann schreibe ich da immer eine 0 hin und wenn mich Teile von dem Bild so interessieren, wie sie aktuell gerade sind, dann schreibe ich eine 1 hin. Und wenn ihr seht, was denn auf der linken und auf der rechten Seite passiert, dann seht ihr 16 mal 0, diesmal die 0, die ganz links oben in der Ecke steht, ergibt auch eine 0 auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen. 22 mal 0 gibt nochmal eine 0, 14 mal 0 ist wieder die 0 und 3 mal 1 ist die 3. Und wenn ihr euch erinnert, wie wir das vorhin dargestellt haben, dann war die 0 ja immer schwarz, eine 3 ist ein relativ dunkler Farbton, aber es wäre praktisch dieser Farbton. Das heißt, alle Farben, die ich mit 0 multipliziere, werden zu schwarz, alle Farben, die ich mit 1 multipliziere, bleiben die Originalfarben. Okay, das wäre im Prinzip der komplette theoretische Teil, jetzt wisst ihr, was Skalarfelder sind und jetzt habt ihr eine grobe Idee davon, wie man damit rechnen kann. Und jetzt wollen wir unser erstes Beispiel tatsächlich mal hier in experimenteller Form machen. Und dafür habe ich eine kleine Software geschrieben und jetzt müssen wir einmal ganz kurz das Bild ändern. Heiko, wenn du nämlich kurz mal die Folien wegnehmen könntest. Dankeschön. Dann würde ich nämlich hier einmal kurz umschalten. Und würde auf mein kleines Programm umschalten. Und da könntest du jetzt bitte auch dieses Kamerabild von mir, vom Monitor nochmal zeigen. Genau, und mich irgendwo wieder reinblenden. Sehr schön. Dankeschön. Perfekt. Okay, das ist die kleine Software, die ich geschrieben habe. Wenn wir hier vorne einmal kurz hingehen könnten und mit der Kamera das Bild zeigen. Ich habe hier eine kleine Webcam. Und diese kleine Webcam habe ich angeschlossen an meinen Rechner. Und die zeigt im Prinzip das Bild, wenn ich zum Beispiel hier stehe. So, und da könnte sich jetzt mal irgendeine, oder wobei, eigentlich bleiben mal alle ganz genau so hier sitzen. Die sind nämlich alle auf dem Bild. Na, eine Person ist auf dem Bild drauf, nämlich sie. Genau. Und wenn ich jetzt mal gucke, dann kann ich auch von diesem Bild ein Differenzbild machen. Das heißt, ich mache jetzt praktisch einmal ein Foto von der aktuellen Situation. Und das ziehe ich von dem aktuellen Kamerabild einfach immer wieder ab. Und wenn ich das mache, dann sieht man, das Bild ist fast ganz schwarz. Der einzige Unterschied ist, an der Stelle, wo die Studentin sitzt, die jetzt bitte mal aufsteht und sich ein bisschen bewegt, dann sieht man nämlich, dass sie da jetzt als einziges in richtigen Farben dargestellt wird. Das ist das, was bei der Differenz von diesen beiden Bildern passiert. Das heißt also, alles, was jetzt fest war und was sich nicht verändert, das bleibt hier unverändert. Aber an der Stelle, wo sich jetzt jemand bewegt, da verändert sich was. Wenn ich jetzt in das Bild reinkomme, mich einfach mal hier hinstelle, dann sieht man mich jetzt nicht unbedingt in richtigen Farben, aber eigentlich sieht es ganz nett aus, muss ich sagen. So, und ich bin jetzt sozusagen die Differenz zu den Farben, die es vorher gab. Ich bin ein bisschen transparent, ja. Das ist sozusagen eine Form der Diät, so wende ich das an. Das ist die Informatiker-Diät. So, okay. Das heißt also, normalerweise macht man das nicht so, dass sich irgendetwas Bewegliches in dem Bild hält. Deswegen müsste ich Sie einmal kurz bitten, aus dem Bild rauszurennen. Nee, weiter hinten hilft nicht. So, perfekt. Super. Ja, so, super. Sekunde, ich nehme einmal kurz das Differenz. Ah, jetzt sind die Füße zu sehen. Einmal noch weiter nach hinten, bitte. Super. Okay, perfekt. Jetzt mache ich das Differenzbild. Jetzt ist es perfekt. Jetzt können Sie wieder reinlaufen. So, und jetzt habe ich ein sauberes Differenzbild einmal aufgenommen. Und jetzt sieht man praktisch genau, dass das, was übrig bleibt, jetzt nur noch die Studentin ist, die hier in richtigen Farben dargestellt wird. Und das heißt, ich kann hier jetzt relativ eindeutig erkennen, wo sich in dem Bild was bewegt. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nehme ich nicht, also hier sind alle Farben dargestellt. Ich mache das so, dass ich jetzt hier daraus mir sozusagen eine kleine Maske berechne. Das heißt, ich nehme nur Farben, die, also man sieht es hier, ich kann das jetzt verstellen. Das heißt, ich ziehe das eine Bild von dem anderen ab, mich interessieren aber nur Farben, die größer sind als ein bestimmter Wert. Also alle Werte größer 100, alle Werte größer 200. Wie auch immer ich den Wert jetzt einstelle, das kann ich hier drüben machen. Unten ist 0, ganz oben ist 255. Und man sieht, je weiter ich das nach oben drehe, desto weniger vom Bild bleibt eigentlich übrig. Die Studentin darf nochmal aufstehen und ein bisschen rumlaufen. Und man sieht, ich kann damit praktisch rausfiltern, dass eigentlich nur noch die Studentin hier sichtbar ist. Und das ist eine Art, wie ich Bewegung in Bildern erkennen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Überwachungsanlage habt, wo Kameras aufgestellt sind und diese Kameras zeigen ein Bewegtbild von der Umgebung oder Erkennen automatisch Bewegung in Bildern, dann ist das hier die Art, wie man das machen kann. Man nimmt einfach ein Differenzbild, zieht das ab und dann würde man im Prinzip ganz einfach, würde man dann mit diesem Bild hier erkennen, wenn sich was bewegt, nämlich dann, wenn die Punkte auf einmal weiß werden. So, ich habe das dennoch mal so gemacht, dass ich hier das hier als Differenzscreen, habe ich das mal genannt, und jetzt habe ich hier alles als rot markiert, was irgendwie praktisch, was ich als Hintergrund sehen würde. Und wenn die Studentin sich nochmal bewegt, dann würde sie hier genau erkannt werden. Jetzt habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass es in Filmen etwas gibt, das nennt sich Bluescreen oder Greenscreen. Da wird eine Person, die sich bewegt, wird da aus dem Bild rausgeschnitten und der Hintergrund wird ersetzt durch irgendetwas anderes. Tatsächlich könnte man das mit dieser Technik ja auch machen, aber wie ihr seht, funktioniert das, so nicht so richtig gut, denn die Studentin ist ja nicht vollständig erkannt worden, sondern man sieht eigentlich nur Teile von ihr. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, was hier bei der Differenz abgezogen wird, was zu gering wird und was zu hoch wird. Genau. Kai, wenn du nochmal ins Bild reingehst, dann kann man sogar erkennen, wie es funktioniert, denn wenn er hier langläuft, sieht man den Hörsaal ja durchschimmern. Das heißt, das ist, was bei diesem Differenzbild passiert. Er malt jetzt sozusagen diesen Bildschirm mit dem Hörsaal voll. Und zwar immer genau, wo der sich bewegt. Das heißt aber, diese Differenz, das ist nicht unbedingt ideal dafür. Und dafür gibt es zwei Methoden, die man anwenden kann. In Filmen wird das gemacht und das nennt sich Greenscreen bzw. Bluescreen. Und auch wiederum nicht so ganz zufällig, habe ich hier ein Bluescreen dabei und nebenbei auch noch einen Greenscreen, also das heißt Vorder- und Rückseite. Und da würde ich sagen, dass sie sich einmal hierher bewegt. Und einer von Ihnen müsste das bitte mal kurz halten. Super, perfekt. Und einmal direkt vor den Bluescreen stellen, bitte. So, und jetzt habe ich das so gemacht. Perfekt, ganz herzlichen Dank. Und jetzt habe ich, also ich zeige mal kurz, wie das mit Bluescreen und Greenscreen funktioniert. Im Prinzip genauso mit diesem Skalarfeld. Ich kann ja erkennen, bei welchen, ihr wisst, rot, grün, blau. Ich weiß, an welcher Stelle die Blauwerte besonders hoch sind. Ich habe es bei mir so programmiert, dass ich einfach hier mit der Maus irgendwo hinklicke auf eine Farbe und diese Farbe markiere ich dann als die Farbe, die ich jetzt wegmaskieren möchte. Und dafür habe ich hier das Greenscreen gemacht. Und dann sieht man hier schon so ein bisschen rotes Geblinker an der Stelle. Und um den Greenscreen anwenden zu können, muss ich einen etwas anderen, man nennt das Farbraum, anwenden. Und ich weiß, wir senden aus Hamburg, und das mag jetzt ein wenig albern klingen, dieser Farbraum heißt aber leider tatsächlich HSV-Farbraum. Und das ist der sogenannte U-Saturation- und Value-Farbraum. Wobei U den Farbwert repräsentiert, also Rot, Gelb, Grün, Blau. Saturation ist die sogenannte Sättigung. Das heißt, entweder ist die Farbe ganz weiß oder richtig knallig rot oder richtig knallig gelb oder grün oder was auch immer. Also das heißt, von weiß zu der Farbe hin. Das ist die Saturation, das ist die sogenannte Sättigung. Und U-Saturation-Value ist die Helligkeit, beziehungsweise man nennt es auch Dunkelzahl oder Dunkelwert. Und dieser Wert ist sozusagen von dem Farbwert, also von Rot hin zu Schwarz. Und ich habe hier bei meiner Software, habe ich das so gemacht, dass der erste Wert den Farbwert, also die verschiedenen Blau-Gelb-Grün-Töne sozusagen einstellbar macht. Das zweite ist die Sättigung und das dritte ist praktisch diese Helligkeit, die ich damit einstellen kann. So, und jetzt kann ich hier mal ein bisschen konfigurieren und kann mal das Blau ein kleines bisschen vom Farbbereich her weiter aufteilen. Dann sieht man, es kommen ein paar mehr rote Flecken mit hinzu. Wenn ich das hier noch etwas vergrößere von dem Wert hier und von dem hier, dann sieht man, es schneidet eigentlich relativ gut diesen roten Bereich hier aus. Wie man aber auch sieht, Frau Deithals trägt heute Blau. Und ich habe sie explizit darum gebeten, dass sie heute Blau trägt. Und zwar möglichst viele verschiedene Blautöne. Man sieht hier auch genau das Problem. Ich kann nämlich aufgrund von diesen Farbzuschnitten, wenn ich das versuche gut auszuschneiden, dann ist dummerweise ihre Kleidung so dicht an dem Blauton dran, dass ich sie nicht sauber ausschneiden kann. Das heißt also, dieser Blue Screen, der früher häufig in Filmen verwendet wurde, der hat den Nachteil, dass ich keine blaue Kleidung tragen darf in Filmen. Und blaue Kleidung ist dummerweise was, was gerade in amerikanischen Filmen von den Jeans her relativ häufig vorkommt. Und deswegen ist der Blue Screen nicht für jede Art von so einer Darstellung geeignet. Der Red Screen, der würde im Prinzip auch gehen. Ich kann ja auch die Farbe Rot rausnehmen. Der Red Screen hat allerdings den Nachteil, dass Menschen Rot auch im Gesicht haben. Das heißt, ich habe rote Lippen und ich habe so rosafarbene Haut. Das heißt also, die Farbe Rot eignet sich tatsächlich auch nicht besonders gut dafür, einfach weil Menschen diesen Farbton an sich selbst haben. Als ich die Software hier geschrieben habe, habe ich mit einem roten Küchentuch gearbeitet und ich hatte immer meine Lippen mit drin. Also egal, wie ich das Rot eingestellt habe, meine Lippen wurden immer mit Rot. Das heißt also, das lässt sich nicht eindeutig erkennen. Und deswegen verwendet man für solche Kleidungsstücke dann den Green Screen. Wir drehen bitte einmal den Bildschirm um oder beziehungsweise den Screen um. Genau, jetzt ist er grün und ich klicke mal den Farbwert an. Jetzt habe ich hier das natürlich noch etwas anders eingestellt. Ich gehe nochmal wieder runter, dass man das sieht. Jetzt ist also der Farbwert grün. Der hier jetzt allerdings nicht so gut funktioniert tatsächlich, weil die Beleuchtung nicht so richtig toll ist. Die Kamera stellt hier das farblich so ein bisschen schwach dar. Das heißt also, die Kleidung könnte auch wieder erneut schwer erkennbar sein. So, aber funktioniert schon besser. Man sieht es hier. Das heißt, hier kann ich den Bereich viel klarer ausschneiden, weil Frau Deit das jetzt blau trägt. Das unterscheidet sich glücklicherweise hier auf dem Kamerabild, sieht der Unterschied nicht so groß aus. Aber da kann man eindeutig erkennen, dass jetzt hier der Unterschied zwischen blau und grün dann auch durch die Software erkannt wird. So, jetzt kann man noch einen weiteren Trick anwenden. Den habe ich hier auch in meiner Software implementiert. Ich habe ja hier Bereiche, von denen ich weiß, da ist kein Greenscreen, da ist kein Bluescreen, da ist kein gar nichts. Und ich habe das bei mir so gemacht, dass ich praktisch auf mein Bild draufmalen kann und kann sagen, ich möchte jetzt aber diesen kompletten Bereich, der interessiert mich gar nicht, weil da habe ich eh keinen Screen. Und dann kann ich hier bestimmte Bereiche ausmaskieren. Das mache ich jetzt einfach mal. So, und damit sie sich noch ein bisschen bewegen kann, schneide ich hier mal vorsichtig aus. Jetzt muss allerdings hier ein bisschen aufgepasst werden. So, genau. Und dann können wir hier das hier noch einmal wegschneiden. Und ab sofort gibt es keine Beine mehr. So, perfekt. So, das wäre jetzt also diese Variante. Genau. Und das ist jetzt alles vor diesem Greenscreen. Genau, wenn sie sich jetzt bewegt und praktisch in diesen Maskenbereich reinkommt, wird es natürlich nicht mehr erkannt. Zerstört die Illusion so ein kleines bisschen. So, und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich ein Hintergrundbild laden kann. Und das habe ich zufälligerweise vorhin noch schnell vor der Hochschule aufgenommen. Genau, so. Und das kann ich jetzt alles, was jetzt eben gerade rot war, das kann ich jetzt in den Hintergrund einspielen. Und man sieht an den Haaren, sieht man noch so einen kleinen Grünschimmer. Das liegt daran, dass die Haare natürlich ein kleines bisschen die Farbe verändern. Und da schimmert das durch. Da gibt es dann andere Techniken, wie man das denn noch loswerden kann. Aber das hier ist im Prinzip mit Skalarfeldern eine sehr einfache Form, wie man so einen Greenscreen darstellen kann und wie man Skalarfelder für etwas sehr Lustiges und sehr Nützliches tatsächlich auch in Filmen und in vielen Videoproduktionen verwenden kann. So, und wie man sieht, macht es auch allen Beteiligten sehr viel Spaß, damit zu spielen. Okay, es ist überhaupt nicht verboten, Spaß zu haben. Genau, dafür ist Mathematik da. Und ja, genau, das wäre tatsächlich alles, was ich heute zeigen wollte. Wir sind jetzt 17.39 Uhr. Ich habe mich sogar halbwegs an die Zeitvorgaben gehalten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Fragen kommen, die ich gerne beantworte. Und genau, ansonsten sind wir hier. Also wäre ich durch. Ganz herzlichen Dank, Frau Deiters. Ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Und ganz herzlichen Dank, liebe Studierende. Genau, gibt es noch Fragen? Genau, vielleicht stellen Sie sich einfach vor den Greenscreen, dann sind Sie auch gleich im Bild und dann sind Sie auch gleich vor der HAW und können von da aus Fragen stellen. Das ist doch schön, oder? Und zwar haben wir die eine Frage, kann man alle Farben so darstellen oder gibt es nur Rot, Grün und Blau? Also man kann damit alle Farben darstellen. Also die Bilder sind tatsächlich zusammengesetzt, nur aus den drei Farben Rot, Grün und Blau. Und man sieht das hier oben, also tatsächlich an diesem Monitorbild, das lässt sich jetzt natürlich ganz schwer darstellen, aber man nimmt diese drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau und durch das Vermischen dieser Farben lässt sich jede andere Farbe tatsächlich darstellen. Und der Farbraum ist sogar extrem groß, weil man hat 255 Farben für Rot, man hat 255 verschiedene, also Rottöne, Grün-Töne und 255 verschiedene Blautöne. Das heißt, ich habe 255 x 255 x 255 verschiedene Farben, die ich darstellen kann. Das macht einen Farbraum von 16,7 Millionen Farben und da sind tatsächlich alle Farben mit dabei, die man gerne haben möchte. Das ist ein ziemlich großer Farbraum. Und jemand fragt noch, wozu das Addieren der Skalarfelder gut ist. Das Addieren der Skalarfelder habe ich jetzt tatsächlich nicht gezeigt. Wofür das gut ist, es gibt, das wäre jetzt dieser Bahnplanungsteil gewesen. Wenn ich ein Skalarfeld habe und ich sage, ich weiß zum Beispiel, man nennt das Attraktivitätspotenzial und Abstoßungspotenzial. Und man kann sich das so vorstellen, ich nehme einen Punkt, zum Beispiel diesen Punkt, und sage, dieser Punkt ist der Punkt, der am wenigsten abstoßend ist. Und je weiter ich mich davon entferne, desto abstoßender wird das Ganze. Das heißt, ich gehe hier rüber und es wird immer abstoßender. Ich merke es schon, am ganzen Körper. Dann nehme ich Hindernisse, wie zum Beispiel das hier, da, wo ich nicht reinlaufen möchte. Und den Bereich, also wenn ich von oben drauf gucke, den male ich jetzt als extrem abstoßend. Also das hier ist das widerlichste und abstoßendste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Dann addiere ich die beiden und dann habe ich an dieser Stelle maximale Abstoßung und ich habe in diese Richtung sozusagen abfallende Abstoßung. Wenn ich die beiden zusammen addiert habe, dann sehe ich also, wenn ich hier rübergehe, wird ganz schlimm. Und wenn ich aber in die Richtung gehe, wird es immer netter. Also das heißt, bis ich wieder den Punkt erreiche, wo ich eigentlich hin möchte. Und damit kann ich sozusagen Ziele markieren auf so einer Karte. Und die geringer werdende Abstoßung sagt mir, dass ich mich dem Ziel nähere. Das heißt, ich muss eigentlich nur an jedem Punkt gucken. Jetzt bin ich gerade hier. In welche Richtung wird es dann schöner? In die Richtung wird es abstoßend. Da ist es ganz furchtbar. Hier ist es auch ganz furchtbar. In die Richtung wird es netter. Also gehe ich in die Richtung netter, wo es netter wird und erreiche dann irgendwann mein Ziel. Und das ist dann die Addition, die ich für Skalarfelder verwende. Das ist tatsächlich der Bahnplanungsteil. Aber ich wollte mit dem Vortrag auch zeigen, dass diese Rechenoperationen alle recht einfach sind. Also Plus, Minus und Mal. Dass die alle auf die gleiche Art funktionieren. Und wenn man es einmal verstanden hat, kann man jede Rechenoperation einmal durchführen. Dann haben wir noch die Frage, mit welchem Programm Sie das Skalarfeld programmieren und wie lange sowas dauert. Ah, okay. Also diese Software für den Greenscreen, die hat zu programmieren, hat ungefähr vier Stunden gedauert. Ich verwende dafür Microsoft Visual Studio, die Community Edition. Die ist kostenlos. Die kann man sich aus dem Internet herunterladen. Die Programmiersprache ist entweder C++ oder C Sharp. In dem Fall habe ich die Programmiersprache C Sharp verwendet. Die ist sehr ähnlich zu C++. Und es gibt eine ganze Reihe von Bibliotheken, die einen dabei unterstützen, so eine Software zu schreiben. Es gibt eine frei verfügbare Programmbibliothek. Die nennt sich OpenCV. Also Open für Offen, CV steht für Computer Vision, also Computer Sehen. Und diese OpenCV-Bibliothek, die gibt es auch für C Sharp. Dann nennt sie sich OpenCV Sharp. Und die habe ich verwendet. Und die kann schon solche Sachen machen, wie das Kamerabild einsammeln. Und halt eben die Addition und Subtraktion von, also Plus und Minus und Mal von solchen Bildern. Und damit ging es relativ schnell tatsächlich, diese Software hier zu schreiben. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen Unterstützung nimmt, es gibt ganz, ganz, ganz viel frei verfügbare Software-Bibliotheken. Und dann kann man sowas tatsächlich in wenigen Stunden, gut, ein bisschen Erfahrung. Ich programmiere jetzt schon seit mehr als 20 Jahren. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der langsamste Programmierer. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man das tatsächlich in wenigen Stunden sich tatsächlich zusammenprogrammieren. Mit Grundkenntnissen. Ansonsten müsste man erst die Programmiersprache lernen. Dafür braucht man wahrscheinlich ein bisschen länger. Das ist wie eine Sprache lernen. So, als ob man Englisch lernt. C Sharp hat viele englische Anteile. Das heißt, das hat tatsächlich sowas, als ob man eine Sprache lernt. Aber man kann damit auch sehr viel machen. Dankeschön. Soweit haben wir jetzt keine Fragen mehr. Okay, dann freue ich mich, dass ich alle Fragen gut beantworte. Nee, nicht gut, aber dass ich sie beantwortet habe. Zumindest habe ich geredet nach der Frage. Und genau, ich hoffe, das war für alle okay, wie ich es beantwortet habe. Ah, okay. Ja, jetzt ist da natürlich an der Stelle der Filter weg. Deswegen sieht es witzig aus. Okay. Also, genau. Ja, also ich hoffe, es hat allen viel Spaß gemacht. Ich gehe den jetzt mal in die Endrede über. Das ist tatsächlich der letzte Vortrag für die Kinderuni 2020 gewesen. Ich hoffe, alle Vorträge haben Spaß gemacht und waren interessant für euch und auch für eure Eltern. Wir werden nächstes Jahr wieder eine Kinderuni machen. Wir hoffen, dass wir sie dann wieder in Präsenz machen können, dass alle Kinder dann hier wieder im Hörsaal sitzen können. Wenn nicht, dann hat es ja dieses Jahr online auch ganz gut geklappt, denke ich. Und dann würden wir das einfach nochmal so wiederholen. Ja, herzlichen Dank, müssen wir dann sagen. Nur müssen wir nicht sagen, wir gerne. Bei der Leistung müssen wir das natürlich eigentlich auch sagen. Das ist ja Pflicht. Vielen Dank, Boris, dass du dir die Mühe gemacht hast. Wir konnten sehr gut verstehen, wie solche Bilder und wie auch moderne Fernsehtechnik funktioniert. Letztlich basiert ganz viel auf Computern. Und wir freuen uns, dass heute auch wieder einige dabei waren. Und wir schauen mal, wie es nächstes Jahr wird. Wir werden es dann auf alle Fälle rechtzeitig ankündigen. Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass wir nächstes Jahr schon wieder soweit sind. Aber ich will die gute Laune auch nicht verderben. Okay, in diesem Sinne sagen wir allen auf Wiedersehen. Ach, eine Frage haben wir noch. Eine Frage haben wir noch. Die nehmen wir jetzt noch dran. Die Frage nehmen wir auf jeden Fall an. Und zwar noch ganz schnell einmal. Kann man die Skalarfelder auch dividieren? Man kann die Skalarfelder auch dividieren. Ja, also im Prinzip jede Grundrechenart ist damit einmal möglich. Da ich jetzt nur Plus, Minus, Mal, also Plus ja auch nicht genutzt habe. Also Minus und Mal habe ich genutzt, habe ich jetzt das Dividieren weggelassen, weil ich nicht zu viel Zeit jetzt in die Grundrechenarten reinstecken wollte. Aber jede Rechenoperation kann man tatsächlich machen. Man kann sich überlegen, wie man so eine Skalarfeldformel aufbaut. Und da geht tatsächlich alles. Auch wer jetzt weiß, was ein Sinus ist, auch ein Sinus kann man verwenden. Oder ein Cosinus. Das sind so Funktionen, die verlaufen immer so. Und die kann man auch verwenden. Also genau, jede beliebige Rechenoperation ist möglich. Plus, Minus, Mal geteilt, die gehen alle. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Gut, dann tschüss. Tschüss.